Hallialöchen zum neuen Part vom Feet the Beast. Mit dabei der Pürpel und der Creepy. Hallialö. Obwohl der Creepy nicht aufnimmt. Stopp, stopp, stopp. Ja, ich hatte gleich hier ein bisschen Action gleich zu anfangen und zwar mit dem kleinen Skelett. Wieder ein kleines Skelett. Ja, wir sind mittlerweile in der fünften Folge. Also bei mir zumindest. Bei mir ist das die 22. Folge, wenn ich mich recht sehe. Ja, ich hink ein bisschen herher. Wir haben hier nur ein Bett, zwei Kisten, einen Ofen und Crafting Table. Mehr haben wir nicht. Wir haben einen kleinen Dreckhügel. Dreckhügel. Das werden wir heute aber ändern. Achso, ich muss da anfangen. Und wir werden hier ein kleines Häuschen in den Bergzimmern. Okay. Ich habe zwei Solarpanels. Die reichen mir natürlich nicht aus. Sind nur zwei Solarpanels. Das reicht nicht. Ich lasse jetzt noch den Extractor hier oben durchheizen. Ich würde es noch einen Moment reichen. Ich hoffe mal, dass es reicht. Und in der Zwischenzeit... Was habe ich denn hier mit dem Verzeigen? Oh Gott. Ich habe keinen... Ja. Und zwar brauche ich mir jetzt erst mal ein Jetpack. Hey. Du musst mir übrigens mal deine neuen Koordinaten geben, damit ich dich mal besuchen kommen kann. Hatte ich dir schon mal gegeben. Die habe ich dir gestern noch letztens aufgegeben. So, okay. Ich habe dir sogar extra einen Chat geschrien, damit du dir die aufschreiben kannst. Ja, Entschuldigung. Wollt mit Schnauze ins Gespräch kommen. Sonst redet er ja nicht mit mir. Okay, konnt ignorieren. So, jetzt war es mal Koppockett. Top, ich habe eine Kingslime-Schobel. Die habe ich... Was? Ja, ich habe so einen Kingslime getötet und habe so eine Kingslime-Schobel bekommen. Okay. Die baut irgendwie ein bisschen schneller ab als ein Diamantspitzhackel. Äh, Schobel. Ja. Ganz komisch. Weiß nicht. Was baue ich denn hier? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich baue mir da... Ein Haus wie immer. Finde ich. Puh. Irgendein Jetpack. Ich habe hier so einen schönen Vorsprung da auf dem Berg. Da werde ich mir ja wahrscheinlich... ...was drunter bauen. Als wenn meine Wohnung da drunter hängt. So, hier haben wir noch Zinn. Das könnte vielleicht ganz gut aussehen. Ich werde unten einen Eingang machen und dann oben... ...mach mal gucken. Ich habe natürlich überhaupt nichts zum Bauen. Das ist sehr gut. Puh, zacken. Ja. Ich bin ja vor drei Folgen oder so gestorben. Durch... ...eine böse Spinne. Ja, ich würde sagen, ich muss jetzt erstmal losgehen und ein paar Sachen holen. Ne, kann ich. Achso. Zwei. Redbox. Halt rein. Klick. Redbox. Halt so? Ja. Dein tolles Texture Pack. Wenn man das jetzt für Fitbits Unleash benutzt, ähm... ...währen dann einfach nur die Blöcke, die nicht vorhanden sind, oder funktioniert das gar nicht? Äh... Das hat eine andere... Ähm... Das ist hier noch 1,5. Das hat noch... Andere, das benutzt noch keine Resource Packs. Deswegen ist komplett eins aufgebaut. So. So, jetzt machen wir jetzt... Ups, das ist Goldtast. Ich brauche auch Closed Down. Was ist das da? So, Closed Down. Oh, Closed Down. So. Das brauche ich noch in einer weiteren Schaltkreis, ne? Was? Ja, ups. Ja, ich bin nicht mehr. Das dürfte reichen. Das dürfte futtern. Ach, ein neues Schwert machen wir noch. Oh, ich hasse dieses neue Verwaltungssystem dafür, Samantha. Machen Neues. So, und ich will noch ein bisschen automatisieren hier. Denn bei mir ist das alles ein bisschen sehr, ähm... Ich würde sagen... Manuell, so wie bei Purple. Ja, ne, ich muss ja alles manuell machen. Und zwar werden wir hier eine Anlage bauen. Äh, ich bin aber überlegen, ob ich das vielleicht so mache, dass ich die zweite Etage jetzt in den Folgen hier noch ausbaue. Ich habe die Musik wieder vergessen. Äh, nicht auf dem Essenz-Busch treten. Äh, durch die obere Etage fertig machen, dass wir da schon mal einziehen können. Und dann baue ich hier unten die ganze Technik von Rohrleitungen und so hin. Hm. Und dann können wir dort oben praktisch was in den Ofen reinpacken. Oder in den Messerator. Das wird dann rausgepumpt, in den Electric Furlons rein und von da aus in die Kiste. Und das gleiche beim Extractor. Das gleiche aus dem Extractor in die Kiste geht. Das ist so der Plan, was... Das kannst du auch machen, wenn wir so geschlafen haben. Äh. Achso, ihr wollt schlafen gehen? Ja. Ich bin unterwegs. Ich kann nicht schlafen. Also. Super. Terraform bei Nacht. Ja. Gibt nichts Schöneres. Ja. Vor allem mit ein paar Zermissern. Du musst ja eh mal sterben, also von daher. Nee, nee. Ich werde hier nie sterben. Da würde ich persönlich für sorgen, dass das nicht geschieht. Also das ist nicht so. Das ist... Da war ich hier stehe. Ich hatte... Ich hatte noch irgendeine Idee. Genau, das wollte ich mir auch noch machen. Dazu werde ich mal das Gold dann... Äh. Das könnte ich jetzt mal in den Ofen noch einmal hier so. Gut. 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 Wir brauchen wir nicht Gold. Und dafür? Ich möchte nur einsetzen, den Namen. Ups. So, ulch. So, welch man in die Türke des Miniumsternens. Ich habe kein Holz. Ich habe keinen Holz. Ich möchte noch kommen aus Baumfeld. Ah. Alter. Mist. Dann halt nicht. Ist meine Axt kaputt. Na super. läuft heute wieder gar nichts und leuchtet licht sein leuchtet licht was ist das denn jetzt wird es nicht betroffen zivilisation gestoßen so und da haben wir den 29 minuten scherben und hier der schlauze wo wohne ich hier ist eine riesen schlucht und ich sehe ein haus welch hast du imax gefunden das ist hier das ist ein haus und schnauze sieht man doch ja ich sehe doch nicht was du siehst nach dem kunden hier ja das ist mein deutsch das ist mein haus mein altes okay das war das zeug was ich nicht gebraucht hatte ich dann einfach zurück gelassen und habe ein schild dran gepackt mit nachdem zu lieben war das glätt hat gerade ein bogen mit stärke 2 und schlag 1 gebraucht das ist das ist sehr schön gleich mal weg müssen wir uns haben müssen auch schon freundliche nachbarn dort bist du die ganze folge über bei dir oder bist du nachher unterwegs unterwegs sein werde ich vielleicht noch mal kurz im meter ich weiß es aber nicht weil die meter kann ich im moment eigentlich kaum leise und portal ja ich bin ja auch schon durch so eine komische spinne da gestorben also so was wollte ich es machen genau ich hatte holz geholt hat ich eigentlich alles gefällt das heißt ich habe welches hier ja das auch ein zeppeln ich bin in einer steppe das heißt ich werde akazien selbst länger haben wenn du eine akazie von mir wenn ich doch bei dir vorbei bevor ich mir hier noch den tod holen kommt aber auch durch den nichts finden da hast du noch einen dritten punkt musste aber durch den dschungel ist wie beim golf hier das weniger punkte ist besser wer hat jetzt aber erstmal gott so viele wegpunkt ich schalte die einfach mal aus gehe ich mal zu schnauze genau schnauze vorbei ich habe noch ein bisschen dirt fürs erlauben jetzt ich meine ich habe noch ein geschminkt für schnauze auf der wundern sich bei so stürze ich komme hier das mini scherben hatte ich da noch genau zwei holz müssen minim scherbe ergibt obsidian ich hätte das obsidian mit meiner tier spitze abbauer bin ich wesentlich schneller als wenn ich das jetzt davon wie viele zusammen die spawnen davon und bitte immer sind vier zum bis jetzt gut dass ich das wert auf das zu vier haben das hat sie deshalb eine neue textur nein aber wie sieht das denn aus auch gott so wer sich jetzt gefragt warum ich mir den zombie kopf aufgesetzt habe ich habe keine ahnung scheiße jetzt erst mal das zeug hier weg das weg das weg du bleibst bei mir ich dachte man schwebte weg nein 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 dass wir in ruhe ich ja und dann was ist das da machen wir nochmal sieben obsidian hier den Nachbarn mögen mich nicht ja ich weiß hab ich jetzt das ganze gold schon durch geraucht war nicht alles was mein Gott so war das nicht gemeint so und das war ich rette mal deine villager hier die sind mir egal aber ich habe viel zu viel obsidian gemacht brauche ich gar nicht weiße wenn in deiner gegend auch ganz normale oak trees ich habe mir hier einen wald gepflanzt und da kommt auch schon der purple klopf 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 ja nicht herein bitte hallo hallo kann ich den abfällen was hast du denn da auf einen zubelkopf und da oben drauf und zwar haben wir uns jetzt ein paar schöne boobs gemacht kling und jetzt haben wir uns an jetzt haben wir die gefürchteten longfallboots die ähm ja ne ich habe meine ähm wie schon aussiehst meine badass äh Käffi aufgesetzt hallo 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 ja lass dich nicht beurten ja warte ich packe es raus so ja und jetzt haben wir hier die longfallboots was hast du denn hier schon alles mensch 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 ja ich habe ein bisschen Zeug jetzt bei Folge 22 nein ohne dass du so fährst und jetzt haben wir die longfallboots jetzt kann ich mir einfach hier runterfallen und krieg keinen Schaden mehr und oh oh guck mal ich kann hier auch runterfallen und krieg keinen Schaden hm hast du es gesehen? ja die Leiter Entschuldigung oh verdammt macht ihr alles kaputt das ist da wahnsinn keine drei Minuten hier und schon macht ihr alles kaputt hat auch so einen Jan-Kettliebze auf ja mittlerweile was besseres was waren das nochmal B, V, A, V was haben wir denn hier alles? was ist das? so und die Robert Trees sehen auch schon ganz so schlecht aus da kann man auch bald wieder fällen ähm hat sie das furchtbar aus alles das Electric Circuit wollte ich machen genau du brauchst wieder deinen einen lustigen Hut da diesen äh Dachenhut ja dann hat sie das mit dem Akazienholz ja erledigt schade warum? ja das alte sah so schön aus jetzt haben sie so ne hässlige pixelige Textur reingemacht es sei denn es gibt noch andere Sarkazienholz also ich hab Sex drin ich kann da nichts zu sagen so jetzt passt mal Electric Circuit was brauch ich denn da noch dann wieder ab nach Hause hat sie ja bei mir helfen Terraform nein niemals ähm in 5 Minuten bin ich auch fertig und dann Blaustone, Redstone und Lapis hab ich überhaupt Lapis? ich hab keinen Lapis ich hab Lapis falls du was willst musst du auch vorbeikommen ich will mal gucken ob ich das irgendwie herstellen kann äh ich hab mich dass man das herstellen kann oh ich kann es aus Bienen bekommen oder so ein Fragment ja dann äh würd ich sagen statten wir den anderen mal einen Besuch ab ich war ja schon mal da ich lauf da jetzt einfach nochmal hin oh gott der muss ja ich muss ja nicht wissen gehen zuhause ja beeil dich ich komm und ich muss mal was bauen gehen ich hab ja noch nichts so und dann aber eigentlich wollte ich doch dich äh besuchen es geht ja nicht ja dann läufst du einfach aufm Rückweg mit Waypoints Home ah na das ist nicht mein Home eine neue Eisenkiste doch das ist... nein äh die Platten kann man sagen jetzt nur für Koppel und was ich jetzt erstmal hier lasse woanders hin und dann werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge da werde ich jetzt nochmal die beiden besuchen da hinten juhu und niemals bitte 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 auf geht aber Peter ach schon mal scharfen lassen jetzt auch Fleisch fallen ne ja Lammfleisch so lange geht deine Folge noch ähm meine Folge sind jetzt noch 5 Minuten äh ich krieg kein Fleisch wenn ich dann die 5 Minuten rum habe werde ich wahrscheinlich bei euch mal gewesen sein und ähm dann werden wir in der nächsten Folge halt unser Lagersystem bauen ja gut dann steige ich jetzt noch ein bei 5 Minuten äh 5 Minuten kannst du jetzt mal an ja oh hier und das Kupfer kann ich mir auf den Rückweg mitnehmen so 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 eu2 vielen dann start ich mal und ja okay nicht spring ich hier rum und mach nichts aber ich muss wirklich sagen die nome für Blut haben wirklich was für sich ich kann jetzt einfach hier runterfallen und und krieg keinen schaden das ist sehr gut weil nämlich gerne mal irgendwo runter das weiß der krieg ist jetzt echt überhaupt keinen fallschein mehr oder ist es nur auf geringen höhen überhaupt keinen fallschein weil das ja voller cheater hier auch aber 88 diamanten zwei obsidian und zwölf eisen diamanten bei diamanten pro boot acht diamanten und zwei pro blut du musst dir jeden schuh einzeln kraft und danach kraft sie zusammen da sind nur zwei wenn mein kraft ist ihr einen longfall boot dann kannst du dir nicht anziehen nach kraft hier noch einen zweiten longfall boot dann tust du sie zusammen ins kraften fällen kriegst du dann voll gut wie kann es ja anziehen muss mal gucken wenn du longfall boots also long eingibst und siehst du ja dann ganzen blumen das finde ich voll schön ich habe keinen namen ah jetzt habe ich diesen patch glaube auch nicht mehr drauf aber da brauchst du nur vier diamanten für ah vier entschuldigung vier insgesamt total durcheinander ja auch schon eine mathematik matematikkenntnisse gezweifelt was man überlegen welche sache an breaking auf meine schwitzacken bringt hat jemand von euch durch zu verloren staub durch ein dumm zufall ein lohn staub dann kann ich mir nicht machen da kann ich auch meinen schwert ist sie fügen da hier so ein dieses mit er drauf bringen geht das ding nicht mehr so kaputt kannst du es wieder drauf machen auf meinen schwert des süffigen sie vier hast du hast schon das toll das hatte ich doch das hat doch gleich haben in der ersten folge sehr gut die ganzen äpfel auch das sind stack weiß äpfel hier ist dann sowas präsentiert einem bei der sonne wenn man kommt das sind seine geschenke erst da war also du bist ja schon da ich wollte eigentlich aufnehmen wenn du da bist hier wieder ich bin doch gerade im wiki okay tschüss kommen wir wieder besuchen wir jetzt noch in den letzten drei zwei minuten purple zwei minuten der vorteil ist wenn ich runterfalle kriege ich keinen schaden das ist der unterschied zwischen körpern hier ich war runter krieg keinen schaden purple fällt runter und ich bin tot und im besten keinen schaden körper hast du dir irgendwie ein system wie man am besten hochkommt oder so nein ich vermeide es eigentlich runter zu gehen solange ich noch kann also ich glaube das wird diese folge nichts mehr mit kurz wenn ich hier vielleicht besser es gibt keinen richtigen weg einfach den hochlaufen kannst du muss ich schon irgendwo hoch bauen oder reingraben weißt du was ich mache ich jetzt auch ich geh jetzt darüber ich werfe dir ein bisschen stein zu oder so hoffen annämmend eingesammelt du wohnen was sagt mir bitte der euch die ganzen setzlinge eingesammelt hast du nur öpfel ich gebe dir die letztendlich dann ich habe nur noch für träume ja ich habe gerade alle abgehört ja ich war auf die andere seite des flusses ich habe 1 3 4 5 ich habe jetzt fünf stecks äpfel durch dich dankeschön an der sache gib mir deine hand staatser anhand ich zieh dich hoch so ich werde wir müssen noch hören nach ganz oben nach ganz oben so ich weise den weg kommen sie bitte mit aus mit einem skyrim im händler wo müssen wissen naja schuhe abdrehen ok viele setzlinge hast du fahrst du mit den kopf stoßen so hier hab ich mal noch ein bisschen sauber so wir kommen ja und dann kommt du mal humble abode ja gut mehr braucht er man nicht ja das wärs dann auch mit der folge wir haben pöbel gesucht und ich geh jetzt noch mal kurz nach da unten nein nichts zu mir nein nicht zu dir ohne so wiss aber gerade egal ich will jetzt mal gucken was an der kiste ist da dürfte noch was drin sein faden und den sattel überlasse ich mal dir das ist dein teil pass damit ich hoffe ja noch auf ein 1.6 update für feed the wies dass wir endlich mal pferde kriegen ich wär froh dass wir schon einen 5 haben ich denk mal an techit classic schnauzer wenn du schon mal hier bist du bist doch hier so ein schöner bauexperte hast du spontan eine idee was mir hier so schön ist ich hätte eine idee aber leider ist die folge zu ende das heißt ich werde die erste nächste folge sagen ich muss an der woche warten okay gut dann bedanke ich mich fürs zuschauen sage tschüss die anderen können sie auch nochmal sagen ja tschüss ja tschüss ob ich rosa wollte puppets folge ist nicht zu ende oder nein ok gut dann fang ich jetzt mal neu an 5 4 ja ich brauche einen ok warte dann muss ich runterzählen du hast jetzt live mit runterzählen pass auf so machen das die experten mal gucken ob er es schafft 5 4 3 2 1 0 ich dachte du machst einen relation Okay, Hallo und Herzen Willkommen zu einer neuen Folge von Feat the Beast Unleashed. Von der neuen Folge gewesen. Nein, ich dachte, der Creepy macht. Der nimmt ja auch mit auf. Achso. Ich dachte, er macht Anmoderation. Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von Feat the Beast Unleashed. Selbst brauchst du es auch nicht mehr machen, das hab ich schon gesagt. Der Puppe schenk ich dir. Ja. Oh, was ist das? Wir starten mit einem großen Gelächter. Also, Puppe, ja. Warte, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Ich möchte noch kurz was sagen. Ich habe hier offscreen diese kleine Fläche hier geteraformt. Das wollte ich euch dann doch ersparen. Du siehst auch. Ja, das heißt, wir können diese Folge oder die nächste Folge schon anfangen mit einem Haus. Guck dich mal an, Mensch. Ich hab mal voll Stylu Basecap. Siehst aus, das weiß ich wie ein Baseballspieler oder so. Ja. Guck, hier ist mein Schläger. Ja, also, wie gesagt. Ja, genau, jetzt ist ja eine Woche rum, ne? Ja, genau. Ich hab gespannt gewartet. Bei mir waren zwei Tage rum, bei dir ist eine Woche rum. Ach so. Ja, also, du könntest theoretisch oben einen großen Turm drauf bauen. Ja. Ist da unten, ähm, wie so Art, ich komm grad nicht auf ein, das Land. Irgendem Land haben die das gemacht, da haben die an so eine Steilküste, haben die die Häuser ran gebaut, mit so Holzstützen drunter. Mhm. Haben dann halt ihre Häuser drauf gesetzt und hatten dann in dem Berg, praktisch wie in so Höhlensystemen, hatten die dann Zugänge zueinander. Okay. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt hier anbietet. Du kannst auch einfach ein großes Loch einmal quer mit der Query durch den Berg machen, dass in der Mitte alles leer ist. Du baust dir dann da drinnen was anderes hin oder so. Hm. So, Info für meine, äh, Zuschauer. Aber es hört sich schon mal gut an. Ähm, Schnauzebesuch gerade. Das war die neue Wartezeit wert. Lass mich da raussprengen. Ähm, Schnauzebesuch gerade Purple. Und jetzt, jetzt, für alle, die nicht an die Macht der Longfallboots glauben, erstmal kurz ein Apfel, dann springen wir jetzt hier runter. Geronimo! So. Kein Schaden. Wunderschön. Jetzt haben wir hier ein bisschen... Jetzt kannst du mich auch besuchen, jetzt bin ich da. Ja, ja. Ich sammle auch gerade noch... Folgt mir das, wisst gerade hier ein ganzes Teil. Ja. Das ist jetzt mit mir hier unten. So. Das ist von den Bergen drunter gesprungen. Ja, hatte ich gern. Ja, komm mit, Fiss. Komm mit. Ähm, ja. So. Ich glaube, hier einen Eingang rein. Puddelmaus mal kurz rein hier, griefen mal schnell. Hey. Das ist der Eingang. Das wolltest du. Hallo, Jansi. Hallo. Au, Mensch. Ähm, ja, ich hab ein Geschenk für dich. Mach mal diesen Altar hier an, ne? Ja. Musst du nicht verstehen, aber... Alter. Ja, ich bin nicht alt. Ich hau da jetzt das da rein, und das da rein, und dann klick hier drauf, und dann macht das Glitzer. Das Glitzer? Ein ganz tolles Geschenk. Dankeschön, hab ich mir immer schon gewünscht. Nein. So. Ja. Au. Ähm. Ich habe hier jetzt ein Geschenk für dich. Das ist eine Forstspitze, äh, Axt mit Lumberjack. Ähm, geh damit mal zu irgendeinem Baum. So, drei, vier, fünf, viermal. Und gib mir den... Äh, ich muss mir einen Dirtblock suchen. Und nun? Äh, hau den untersten Block an. Oh. Schön. Ja. Ja. Dankeschön. Bitteschön, pass nur auf, die hält nicht allzu lange. Wenn du eine neue brauchst, komm hier vorbei. Brauchst du ein Stack Äpfel? Ich wohne in einem Apfelbeit. Was für eine Frage, natürlich, ich verhungere. Ich will wissen, wie ich dir. So. Du weißt das mal, das brauche ich nicht, ja. Oh, Frankenstein. Ja, zwei, glaube ich nicht. Und das ist jetzt übrigens die Kingslime-Shovell, guck mal. Das, warte mal, ich, ich guck grad ein bisschen nebenbei. Ja, in den Himmel. Was kann ich jetzt hier? Bist du? Oh ja, sehr schnell. Du guckst ihn eben bei Fernsehen? Ja. So was kann ich auch mit meinem, ähm, Dartcraft machen. Aber warum hast du jetzt einen Dirtblock mehr als, ich weiß nicht. Äh, du hast dich aus meinem Haus raus, äh, ausgebaut und hast das nicht zugebaut. So. So, ich würde sagen, ich gehe auch mal bei Purple vorbei. Wolltest du nicht bei mir vorbeigucken? Wollte ich theoretisch, ja. So, weil ich gehe nämlich jetzt nach Hause. Ähm. Soll ich bei Schnauze vorbei, soll ich nicht bei Schnauze vorbei? Warte in die Kommentare. Nein, ähm, funktioniert. Pff. Ähm. Geh ein anderes Mal bei dir vorbei. Mit Purple wahrscheinlich dann, ne? Geh erstmal zu Purple. Warte, die nur Hoffnung machen, dass ich dich mal besuchen komme. Oh Mann, Zombie. Ich bin irgendwie völlig planlos im Moment. Wie jedes Mal, wenn ich ein Haus bauen will. Dann ist es nachher das gleiche Haus wie eben. Ach, die Klappe. Nein. Ich könnte da unten so ein... Ein Let's Play, in dem ich die Klappe halte, wäre, glaube ich, nicht ganz so gut. Ja, die anderen reden natürlich wieder schön zwischen... Nein, ist egal. Also, wir laufen jetzt nach Hause und dann bauen wir uns erstmal ein Jetpack. Wenn wir ein Jetpack haben, bauen wir uns ein Solare-System. Das ist jetzt unser Ziel für heute und die nächsten Tage. Weil der Minecraft-Tag ist nämlich gleich vorbei. Pum, pum, pum. So, ich werde nebenbei was trinken, also bitte nicht wundern, wenn ich mal kurz nicht schreie. Hm. Ach, ich wollte euch ja noch ein Feature zeigen. Ähm, mit einer ganz normalen Grinding-Spitzacke hier könnte ich ja jetzt aus diesem Stein Sand machen. Und mit dieser Heat-Grinding-Spitzacke kann ich aus Stein Glas machen. Ui, toll. Ui, toll. Ich baue jetzt einfach Stein ab und habe dann nachher Glas im Inventar. So, und das hier ist das Haus des Purple, den Purple gefunden hat und mit hier nothing good in hier. Ich hatte sogar einen Mellow-Mellow-Fisch. Ähm, Purple, monst du so weit unten oder bist du gerade runtergelaufen? Äh, ich baue hier gerade an dem Berg. So, ich dachte gerade... Das ist ein bisschen weiter unten von dem... Und ich glätte hier ganz nach oben, oder was? Ja. Ah, schau, ich war nur auf dieses erste Plateau, nicht nach ganz oben, auf die Spitze. Da, wie den Berg wieder runter. Ja, da oben bist du. Ich wollte nur mal die Aussicht genießen. Ah, ja. Äh, wo es sieht... Das brauche ich ja jetzt nicht unbedingt Glas abbauen. Ähm, wo bist du? Da. Gucken. Könnten eigentlich nicht. Also da. Seh dann. Ach, da. Ah, Purple. Hier oben. Äh, scheiße. Die Hüte sind echt manchmal zu witzig. Werde nicht meinen ersten Kill hier schaffen, das... Das schwöre ich. So, und dahinten wohnen wir auch schon noch mehr Glas abbauen. Oh, scheiße. So. Wer zündelt denn hier rum? Das ist meine Heat-Spitzhacke. Ihr könnt ja mal, wenn ihr jetzt irgendeine Idee habt, was ich als nächstes bauen soll. Hilfe! Könnt ihr das ja mal in die Kommentare bei mir schreiben. Na! Dann brauche ich mir das nämlich nicht immer zu... Oh, muss erst was essen, warte. Ich finde es ganz interessant. Ist ja... Warte mal, das ist mal egal. Vollkommt am Montag gerade. Ah! Renn weg, renn weg. Wisst ihr? Montage tun weh, Böppel schreit schon. Kommt, greift mich an. Auch wenn ich nicht viel Leben hab. Ich mach mal ein bisschen Essen weg hier. Pöppel, geh weg! Ich hab dir doch gesagt, geh weg. Ich hab ein scharpenes Vierschwert. Das ist ein bisschen stärker. Pö. Ja. Ui, okay. Kommt man rein mit Leuten um die anderen. Selbstverteidigen. Hat man gesehen. Hier ein Rückblick? Nee. Genau. In Slow-Mo dann nochmal abspielen. Oh, Goldpads. Ja. Glaub mir auch noch die Mob-Trops. Ist ja nicht so, als hättest du mir in den letzten Folgen League of Legends die ganzen Kills geklaut. Ja, die beiden spielen League of Legends, ich weiß auch nicht warum. League of Legends? League of Legends. Weiß nicht, die Folgen müssten ja bei euch schon hochgeladen sein, jetzt mit der Folge, ne? Ja. Äh, ja. Also guckt's euch an. Juhu. Bei mir, nicht bei Purple. Halt die Klappe. Ich platziere mal die Zinnwische hier hinten in der Ecke. Schnauze kriegen wir auch noch dazu. Oh ja. Oh ja. Und wenn wir in Fässeln und Knebeln müssen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin überhaupt kein Fan davon. Das ist irgendwie ein Spiel, was mir nicht zuhört. Ich wollte es auch erst am Anfang nicht spielen, aber dann hat mich Purple gezwungen. Tödel Purple. Ich hab dich gezwungen? Ja. Die Diskussion würde los. Okay. Weiß, so nennt man das heute. Ne. Ah, ne, kann ich jetzt... Ah, ich wollte mir von Purple Larpis holen, jetzt hab ich das natürlich nicht getan. Vielleicht sollten wir aber auch noch nicht mehr im Haus anfangen, sondern ich komm nicht mal vorbei. Aber Basics. Packet Basics. Dann mach mal das einfach so, der Purple gibt einfach dann dem Creepy einfach mal zwei Larpis mit. Der kriegt keinen Larpis von mir. Hä? Der soll es mir nur bringen. Nein. Ich weiß, was der damit wieder macht. Hehehehe. Nicht lustig. So, ne, kein Ding. Ah, dafür muss er auch nochmal hier hochkommen. Ich bezweifle, dass ich jetzt zum Schnauze rüber 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 rüber. Wir müssen uns mal später diese Briefkästen hier aufstellen, mit denen wir dann Sachen verschicken können. Nehmanns. So, aber jetzt erst mal, was wollte ich machen? Genau. Einer. Red. Ja, bei mir ist jetzt ne halbe Stunde rum. Das heißt, die Folge ist vorbei. Ich hab nichts geschafft. Super. Ein bisschen Dirt an den Berg geklatscht, was irgendwie total scheiße aussieht. So, man, ist klar, wenn du Dirt an den Berg klatschst, kann das nicht wunderschön aus? Ja, für die Zuschauer zumindest. Ich stelle mir ja schon ein bisschen mehr darunter vor, aber für die Zuschauer ist es einfach nur... Blende einfach deine Gedanken ins Video ein. Ne, ist zu viel Arbeit. Naja, auf jeden Fall, das war's dieses Mal. Ich werde dann beim nächsten Mal wahrscheinlich schon zumindest ein paar Rohstoffe haben, damit wir jetzt ein bisschen besser anfangen können. In dem Sinne, sag tschüss. Tschüss. Tschüss, Püppelszuschauer. Tschüss. 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 Vielen Dank.